Okay, ausschwärmen. Durchsucht alles von oben bis unten. Sind das... Menschen? Ich empfange Lebenszeichen. Sie scheinen in den Korkons zu sein. Wer ist da? Hier drüben. Ich empfange etwas von der anderen Seite der Tür. Piers, Finn, mir nach. Alle anderen suchen hier draußen weiter. HQ, drei von uns trennen sich von der Gruppe und dringen weiter in das Gebäude ein. Piers, 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 Piers... Piers, Piers, Piers... Mr. Lachs! Da schlüpft etwas, Sir! Melde es dem HQ! Verstanden! 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 Das war's für heute. 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 Ich arbeite hier. Mein Name ist Ada Wong. Ich war ihre Geisel. C-Virus. Das muss die Entstehung der Jawu verursacht haben. Ja, da haben Sie mal drüber geredet. Was haben Sie noch gehört? Wie wär's, wenn Sie erst mal die Waffen retten nehmen? Nicht, bis Sie uns einen Grund dazugeben. New Umbrella. New Umbrella. New Umbrella. Wir haben eine der Angestellten gefunden. kehren jetzt zurück ins Foyer. Kommen Sie, ich zeige Ihnen eine Abkürzung zurück zum Eingang. Mist, Sie sind überall. Alle in den ersten Stock. Im Foyer ist es zu gefährlich. Im ersten Stock gibt es einen Ausgang. Im ersten Stock gibt es einen Ausgang. Ja. Im ersten Stock gibt es einen Ausgang. Im ersten Stock gibt es einen Ausgang. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ihre Freunde haben es nicht leicht. Ma'am, bitte. Behindern Sie uns nicht bei der Arbeit. Alle Feinde eliminiert. Bewegung! Diese Tür führt ins Lagerhaus nebenan. Von dort aus kommen wir raus. Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Oh, oh, oh. Wir sind fast draußen. Durchhalten, Leute. Ja, Sir. Ja, Sir. Die Frau, sie ist weg. Finn! Keine Ahnung, was passiert ist. Sie war eben noch da. Aida! Vielen Dank, Jungs. Hier habt ihr ein kleines Andenken an mich. Nein, nein, verdammt, nein! Fühlen durchhalten! Ah! Nicht aufgeben! Kämpf! Mein verdammt noch mal! Kämpfen, wir müssen hier weg. Los, wir müssen weg! Kriss! Kriss! Untertitelung des ZDF, 2020